Ja, Leute, also Ibuprofen gehört ganz klar zu den meistverwendeten Schmerzmitteln, zumindest von mir. Timo hat dazu gar nichts zu sagen, wie ihr gerade merkt, obwohl er der Anästhesist und somit der Schmerz-Experte ist. Und ich glaube, er benutzt gar nicht so viel Ibuprofen, oder? Doch, wirklich. Tatsächlich benutze ich viel Ibuprofen. Es gibt mannigfeitige Einsatzgebiete und das ist auch gut so. Ja, aber du benutzt auch wahrscheinlich... Ach, du machst ja kaum Narkosen. Dann würdest du wahrscheinlich irgendwas anderes häufiger benutzen, so Fentanyl oder so. Richtig, oder Sofenta. Sofenta benutze ich noch mehr als Ibuprofen. Klingt krass, aber ja. Aber wenn die Patienten mal wach sind auf meiner Station und Schmerzen haben, dann kriegen sie durchaus auch Ibuprofen. Ja, und bei mir kriegt eigentlich fast jeder Patient, der Schmerzen hat, nicht... Ja, also sehr viele davon bekommen Ibuprofen, wenn es keine Gründe dagegen gibt. Da das wahrscheinlich auch zu den bekanntesten Schmerzmitteln gehört, wenn es nicht sogar das bekannteste Schmerzmittel ist, sprechen wir heute darüber. Leute, wenn man zum Beispiel Menschen, die zu Kopfschmerzen neigen, fragen würde, welches ein wirklich wirksames Medikament ist, dann wird man überproportional häufig die Antwort kriegen Ibuprofen. Selbst ich habe es im Rahmen meiner Migräne mit Aura und Kotzen und allem drum und dran schon mehrfach verwendet und es hat mir echt den Arsch gerettet. Und fragt man eben den Knochendoktor, wird man auch ziemlich häufig als Antwort als das sinnvollste Analgetikum der ersten Stufe Ibuprofen hören. Und schaut mal auf die frühe Schwangerschaft, die Geburtshilfe, die Stillzeit, wird man ebenfalls nach aktuellem Kenntnisstand der Wissenschaft als optimales Schmerzmittel das Wort Ibuprofen hören. Perfekt würde man jetzt denken können, aber wir müssen uns auch darüber unterhalten, eben nicht nur was die Wirkung angeht, sondern auch was die möglichen Nebenwirkungen dieses Medikaments sein können und warum man diese Drops eben nicht tagtäglich lutschen sollte oder nur in Ausnahmefällen nur begründet lutschen sollte. Und genau darüber werden wir jetzt mit euch quatschen. Und über den Magenschutz. Leute, das ist Marcel. Korrekt. Und ich bin Timo Moin. Willkommen zu einer neuen Folge im Thema. Wir beide. Wir sind seit über 10 Jahren Ärzte und seit immer noch nicht. Ganz zwei Jahren machen wir gemeinsam dieses YouTube Baby hier gemeinsam. Und bei uns gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Heute natürlich als Drops gegen den Schmerz direkt in den Rachen geworfen. Ich wette, den hattest du schon. 100 Prozent. Und wenn euch medizinische Inhalte interessieren, dann lasst gerne ein Abo da, wenn euch die Videos gefallen, den Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke. Direkt los. Ibuprofen stammt aus der Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatiker. Kurz gesagt der NSAR. Dem Ibo, wie auch den anderen Medikamenten aus dieser Gruppe, zum Beispiel Acetylsalicylsäure oder auch Ticlofenac, ist gemein, dass sie ein gemeinsames Einsatzgebiet haben. Schmerzen, Entzündungen oder auch fieberhafte Infekte. In den 50ern hatte man mit der Acetylsalicylsäure, also dem ASS, endlich ein Medikament entdeckt, was nicht aus der Gruppe der Glucocorticoide, also der Kortisonartigen Medikamente, auch gegen ein Rheuma helfen konnte. Und diese neue Gruppe an Medikamenten hat eben viel weniger Nebenwirkungen als diese Kortisonhaltigen oder Kortisonartigen Medikamente. Ja, und wie wir Menschen sind, wollten wir halt noch bessere Substanzen erforschen und entdecken und finden und so ist halt gleich die ganze Gruppe der NSAR entstanden. Ja, und allen gemein ist eben der Wirkansatz. Sie hemmen nämlich ein Enzym, welches für die Entstehung von Prostaglandin zuständig ist. Prostaglandin ist ein Botenstoff, welcher bei Verletzung von Geweben ausgeschüttet wird. Und dieses Prostaglandin kann dann an Rezeptoren von Nervenenden binden und einen Schmerz weiterleiten. Und was das bedeutet, das kennen eigentlich alle. Die NSAR, die hemmen ein Enzym, die Zyklooxygenase, beziehungsweise eine Gruppe von Enzymen, die Zyklooxygenasen. Oder auch Cox genannt. Ihr kennt die Weiterentwicklung von den NSAR, die Cox-2-Hämmer und deshalb wird euch das ein Begriff sein. Ja, und diese Cox, die ist eben dafür verantwortlich, dass dieses Prostaglandin überhaupt gebildet wird. Und wenn dieses Enzym dann geblockt wird durch das Medikament, was die NSAR eben machen, dann entsteht kein Prostaglandin. Und damit verschwindet dann der Schmerz und damit verschwindet dann die Schwellung und das Fieber und die Rötung und die Entzündung. Ibuprofen hat mittlerweile Platz 1 der am meistverkauften rezeptfreien Schmerzmittel erreicht. Und das Einsatzgebiet ist weit. Jetzt kommt eine fette Aufzählung. Und da ich mir die jetzt nicht merken kann, benutze ich Timos Ich-Spring-durchs-Bild-Trick. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Regelschmerzen, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, sportliche Überbelastung, Zerrungen, Bänderdehnungen, aber auch Entzündungen, die Schmerzen verursachen, Mittelohrentzündungen oder auch nach einer Zahnbehandlung. Aber das reicht noch nicht. Auch bei fieberhaften Infekten wird das Mittel gerne zur Unterdrückung der Symptome verwendet. Ihr merkt, wie breit dieses Medikament eben wirken kann. Und das alles schafft es mit einem relativ günstigen Nebenwirkungsprofil. Das heißt also, wenn man das Ganze mit Bedacht und in Maßen und unter Beachtung der Kontraindikationen und etwaiger Allergien, die eventuell vorhanden sein könnten, einsetzt, dann wirkt es eigentlich recht direkt nur gegen die eigentlichen Probleme, die man haben kann. Allerdings muss man auf den Magen- und Darmtrakt besonderes Augenmerk legen, gerade wenn man das Medikament mehrfach und oft und langzeitig einnimmt, weil eben da Beschwerden auftreten können. Und das liegt an der Funktionsweise unserer Verdauung. Kommen Speisen in unserem Magen an, produzieren die Schleimhautzellen Magensäure, welche eine Vorverdauung einleiten. Also sozusagen Spaltungsprozesse der Proteine. Außerdem sorgt das saure Milieu dafür, dass sich eine Bakterienbarriere bildet. Und damit diese Säure nicht die eigenen Zellen, also den Magen, selber verdauen, produzieren wiederum andere Zellen einen alkalischen Schleim. Leider wird durch die Hemmung einer anderen COX, also einer anderen Zyklooxygenase, auch die Produktion eines anderen Prostaglandins gehemmt, nämlich das Prostaglandin E2. Und dieses hemmt im Normalfall eigentlich eine übermäßige Säureproduktion und sorgt für die Produktion des alkalischen Schleims. Und genau hier liegt das Problem gerade bei der Einnahme über einen längeren Zeitraum. Dabei kann nämlich die Schleimhaut des Magens oder die des Zwölffingerdarms auf Dauer einen Schaden nehmen. Es kann ein Magengeschwür entstehen, es kann ein Krebs entstehen, es kann zu Blutungskomplikationen kommen. Und diese Blutungen können echt heftig werden und das könnte dazu führen, dass ihr unsere Patienten werdet und das wollen wir nicht. Und genau deshalb verschreiben eben alle unsere Kollegen und wir beide auch, wenn wir Ibuprofen verschreiben, über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel bei einer Sportverletzung, das immer mit einem Magenschutz, mit einem Protonpumpenhemmer meistens. Und das sind zum Beispiel Pantozol oder Omeprazol und diese Medikamente sorgen eben dafür, dass wieder weniger von der Säure gebildet wird. Wenn wir schon weniger Schutz haben, dann sollen wir auch wenigstens weniger Säure haben. Aber diese Medikamente haben auch wieder Nebenwirkungen und dadurch kann es dann wieder zur verminderten Aufnahme von Vitamin B12 und Magnesium und Kalzium und Kalium kommen. Und das kann dann auch wieder Probleme im Körper mit sich führen und ihr seht schon, wir könnten ewig so weitermachen. Ein kurzer Tipp, um diesem Ganzen ein bisschen vorzubeugen, wäre, dass ihr das genau zur Mahlzeit oder nach der Mahlzeit dann einfach einnehmt, das Ibuprofen. Weil dadurch ist viel Inhalt im Magen und die Magensäure ist dann mit dem Inhalt des Magens beschäftigt. Bei dauerhafter Einnahme können auch Nierenschäden entstehen. Ibuprofen kann natürlich auch Allergien auslösen, allerdings sind die gar nicht so häufig. Und paradoxerweise kann auch bei chronischer Einnahme ein medikamenteninduzierter Kopfschmerz entstehen. Also ihr bekommt dann Schmerzen und nehmt dann noch eine Ibuprofen und diese Ibuprofen-Tablette führt dann wiederum zu noch mehr Kopfschmerzen und so weiter. Bei einer Herzinsuffizienz oder einer Niereninsuffizienz sollte man NSAR übrigens nicht einnehmen. Und auch das letzte Schwangerschaftsdrittel gilt als Kontraindikation. Heute wollen wir aber eigentlich nur auf die positiven Effekte dieser Arznei zu sprechen kommen. Ihr sollt die Packungsbeilage wirklich lesen, auf das hören, was der Apotheker sagt, was der Arzt sagt, was wir euch erzählen und das mit Bedacht einsetzen. Nur mit Ausnahmefällen sollte man das täglich einnehmen und wenn man es eben täglich einnimmt oder über einen längeren Zeitraum, muss man an den Magenschutz denken. Wenn eure Schmerzen oder auch das Fieber nach ein paar Tagen Selbstmedikation mit Ibuprofen nicht verschwindet, dann müsst ihr zum Arzt gehen. Und dann braucht ihr Hilfe, weil dann wird es wahrscheinlich ein Grund sein, der eben durch Ibuprofen nicht behandelt werden kann. Und übrigens maximal dreimal 400 Milligramm, das heißt also 1200 Milligramm innerhalb von 24 Stunden. Das ist die Maximaldosis. Ja, Timon ist nicht ganz korrekt, denn dreimal 400 Milligramm ist lediglich die Höchstdosis, wenn sich der Patient das Zeug ohne Rezept einfach so aus der Apotheke holt. Und das wiederum liegt einfach am Ceiling-Effekt, was nichts anderes bedeutet als nehme ich danach noch mehr, steigt mehr die Wahrscheinlichkeit für Nebenwirkungen als die schmerzlindernde Wirkung. Wir Ärzte verschreiben trotzdem sehr gerne eher dreimal 600 oder vielleicht sogar abhängig von der Erkrankung, vielleicht sogar dreimal 800, beispielsweise bei bestimmten Räumeerkrankungen. Also ich zum Beispiel verschreibe fast nur dreimal 600. Ja und tatsächlich machen wir das auch, wenn die dann wach werden am Ende von einem Koma und Schmerzen haben. Tatsächlich dreimal 600. So Marci, wir machen das jetzt seit fast zwei Jahren und wenn wir am Ende der Folge immer darüber nachdenken, welche Folge denn als Empfehlung für die nächste Konsumhinweis, also dafür herhalten kann, dann haben wir ja normalerweise Themen, die aus der gleichen Themengruppe sind. Jetzt haben wir es nicht. Warum eigentlich nicht? Haben wir noch nie richtig Schmerzmittel beachtet? Nee, ich glaube wir haben tatsächlich noch nie so richtig über ein Medikament gesprochen. Das sollte sich jetzt ändern. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Sollen wir mehr über Medikamente erzählen? Macht doch mal Vorschläge. Welche Medikamente würden euch da interessieren? Also ich würde sagen, wir machen generell mal eine Folge über Schmerztherapie, weil die ist ja doch nicht ganz so simpel. Also die einzelnen Stufen. Wir haben ja vorhin schon was kurz gesagt zu Stufen. Das ist ein sauguter Vorschlag. Da gibt es nämlich auch noch so viel anderes, was da mit rein spielt. In der letzten Stufe kommen zum Beispiel Opiate. Darüber haben wir schon mal eine Folge gemacht. Da hast du recht. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bei dauerhafter Einnahme können auch Nieren entstehen. Ja, kann passieren. So drei oder vier. So what? So what?